Bei Bauersuchtfrau International hat schon so manch ein Landwirt sein Liebesglück gefunden. 2020 funkte es auch zwischen Aschok und Myria. Doch nach der Show ging alles in die Brüche. Bauersuchtfrau International Was wurde aus Kokosbauer Aschok und Yogalehrerin Myria? Nach dem großen Erfolg von Bauersuchtfrau, ging RTL wenige Jahre später mit dem Ableger Bauersuchtfrau International an den Start, um Landwirten auf der ganzen Welt zum Liebesglück zu verhelfen, mit Erfolg. Eine der bekanntesten Liebesgeschichten, der RTL-Show, ist wohl die von Gerald und Anna Heiser. Die beiden verliebten sich Hals über Kopf ineinander, gaben sich nach nur einem Jahr Beziehung, das Jahr Wort, und leben mit ihren zwei Kindern bis heute glücklich in Namibia. Doch nicht für jedes Bauersuchtfrau Internationalpaar lief es in der Vergangenheit so rosig. 2020 bewarb sich Myria für den Inder Aschok und reiste schließlich als Nachzüglerin nach Goa zu dem Kokosbauern. Damals entwickelten sich die beiden schnell zu einem der Favoritenpaare der Zuschauer, und auch nach Ende der Hofwoche machte Myria damals ein vielversprechendes Geständnis, in dem sie verriet, sich mehr und mehr in den Landwirt zu verlieben. Aufgrund der Corona-Pandemie musste Myria aber schließlich zurück nach Deutschland, und dann nahm die Liebesgeschichte eine traurige Wendung. Liebespleite bei Aschok Myria, haben uns aus den Augen verloren. Noch beim Wiedersehen mit Bauersucht Frau Urgestein Inka Bause erklärte Myria, dass sie weiterhin mit Aschok in Kontakt stehe, und der Rückkehr nach Indien freudig entgegenblicken würde, doch es kam alles anders. Nach den Dreharbeiten hatten sich Aschok und Myria nämlich aus den Augen verloren, wie die Yogalehrerin damals gegenüber extratip.com verriet. Aschok und ich haben uns nach dem Dreh aus den Augen verloren. Ihr Liebesglück fand sie schließlich abseits von Bauersucht Frau International, in ihrem Exfreund. Ich bin, seit wir nach langem Warten auf die Visa-Genehmigung für meinen Sohn endlich zurück nach Indien konnten, wieder mit meinem Exfreund Bani zusammen, erklärte Myria damals. Gemeinsam planten die beiden damals nach Portugal auszuwandern. Was letztlich aus Aschok wurde und ob auch er sein Liebesglück ohne Kameras finden konnte, ist nicht bekannt.